haalzeit und willkommen zurück bei manchi crunch wir spielen heute die legende von korra weiter und es geht los mit kapitel 4 in der republikstadt legen wir mal los wir steigen direkt ein hier autos verkloppen mit rand auch bringt das jetzt was mit wasserbändigen vielleicht später meine kohleköpfe jetzt kommen gegner wo die sind rot elektro können nicht geblockt oder er konnte werden muss ich rt benutzen um auszuweichen ok aber die fühlen sich aber mit der schwäche an als die anderen so silbermedaille haa ok interessant er hat mich schon erwischt ich habe da erwischt gerade ein bisschen probleme mit der camera da gehen wir hin das ist sehr interessant ganz anders aufgebaut als das erste level hier kommt noch eine wasserbändigen durch schöne truhe oder? oder das ist luftbändigen was ich bin jetzt klar ich hätte jetzt gesagt, ich bin das wasser warte ja schon ich bin jetzt klar ich bin jetzt klar, ich bin jetzt das wasser warte warte ja schon schon gedauert schon fast aufgegeben schön auf die truhe einkloppen mein stil wechseln und schön oh A-Rang sehr nice mein erstes A-Eten oh die Motorrad-Fuzzis oh die Motorrad-Fuzzis die Motorrad-Fuzzis aber komm mal hin jump, jump, jump das mag ich ja sowieso ich will mal nicht und finishing sehr nice die Bangerang-Tüten ich hab gar nicht ab so nicht oh der war schon down jetzt hier find ich ja calm so und dann hab ich ja goldmedaille hier schön muss man ein bisschen Autokloppen und und ah die macht man mit einem Schlag sehr schön oh und wasserbändigen auf Level 3 sehr nice und direkt hier oben die Elektrotypen erledigen und mich erwischen so kann ich in mehrere Richtungen ich geh mal geradeaus ah kann man die Läden hier auch zerstören ja kann man interessant oh ganz schön viele oh und dann komm ich hoch ok so so durchspringen klappt das erwischt ja alle wohnen hit sehr sauber erwischt goldmedaille sehr schön ich sammelt jetzt nicht mehr jede einzelne Truhe ein auch wenn wir dadurch Punkte verloren gehen aber ja und das ha schön gefinished ah ok also durch das umherliegende Wasser kann man tatsächlich irgendwie stärkere Attacken verformen oh jetzt gab es ein Achievement hoppidi hopp oder hopp hopp hoppidi so 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 haben wir alle erwischt so 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 da oder habe ich die grad dran mitgemacht da kommt wieder neue also ziemlich schlauchlinienförmig die Level hier oh da sind ja ganz schön viele oh das sind wirklich verdammt viele egal so so komm die hydranten hier genau da trifft doch was aaaah ja ich werde es erwischt und erwischt wieder gold medaille sehr schön und hoch gehts ganz schön über die holzplanken hier scheint viel über die holzplanken zu laufen hier scheint viel über die holzplanken zu laufen scheinen hier nach vorzuherrschen eventuell kommt noch eine weitere klasse hinzu schauen wir mal so jetzt sind wir auf offener straße zumindest teilweise auf der straße mal mal hm kann man einfach zuerst springen? nein wäre auch zu einfach als Wasserbändiger bzw. als Avatar der gerade nur Wasserbändige kann aber gut da gehts da hoch und das sind das sind das Tadam und eine Trohe sehr schön Drohnen fallen mir immer C ran egal Punkte sind Punkte so 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 oh 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 ist jetzt wirklich knapp richtig aufgepasst und erledigt goldmedaille sehr schön oh ein riesiger Roboter hoffen wir mal hoffen wir mal das nicht unser Gegner wird wobei ich schon dazu tendiere sieht ein bisschen aus wie der Big Daddy aus Bioshock oder würde die mit zustimmen oder würde die mit zustimmen wow der hat auch Elektro wow wow was ist das? was ist das? oh ok natürlich zu spät gelesen dreimal soll man hier counterattack benutzen jetzt habe ich da wieder volle Leben die waren natürlich eben auch leer So. Fliegen darf noch gleich. Counter-Attack. Warte mal. So. Oh! Oh, das war Counter-Attack. Sehr schön. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, oh. Ich habe ihn eben schon mal zählen können. Äh, XXXX. Okay. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Nimm das und das und das. War mir eben nicht ganz klar mit. Du musst wahrscheinlich so einen Grundschaden verursachen bis man soweit kam überhaupt. So. Und das. Und da geht der Blitz wieder hoch. Und kassiert er wieder. So, jetzt macht er wieder die Boot-Attacke. Können wir hin, kriegen wir hin. Komm. Und dreimal. Sehr schön. Oh, erdbändigen. Sehr gut. Woah. Jetzt hat er auf einmal auch neue Attacken. Na, okay. Ja, natürlich. Okay. Oh. Jetzt wird es aber achig. Na, komm. Kassiert jetzt. Ha, mit Counter-Attack. So. Oh. Wo kommen die denn her? Oh. Jetzt habe ich auch noch die Blitz-Attacke kassiert. Jetzt wird es nochmal arschknapp. Sehr schön. Sehr schön. Und noch. Direkt auf Level 2 gesteigert. Ha. Ah. Egal, durch das Level-Up habe ich wieder Leben aufgeladen bekommen. Und Counter-Attack. Sehr schön. Und Finishing. Erdbinden. Wow, nice. Silber-Medaille. Sehr schön. Zweiter Versuch. Oh, kommt noch was? Ah, ne. Verschwindet jetzt. Sehr gut. Okay. Okay. Da muss ich anscheinend hoch. Gut. Da hinten geht's hoch. Und bam. Nice. Nice. Also Erdbinden ist auch nice. Deutlich langsamer. Aber... sehr viel offensiver. Okay, wirklich nice. hab ich da unten was gesehen. Oh, ja. Da drohe die nur mit Erdbinden. Zu öffnen ist. Hätte ich fast übersehen. Aran. Wow. Nice. Schon ist es weiter. Jetzt kommt so ein Jump'n'Run-Part. Okay. Da kommt man irgendwie hoch. Kann man hochkommen? Sehr neu. Okay. Ich folge jetzt mal dem normalen Weg. Oh. Den hab ich erledigt. Nee. Geh mir doch doch nochmal zurück. Vielleicht finden wir da was interessantes. Oh. Versprungen. So. Oh, ne Truhe. Sehr schön. Truhen mag ich. C-Rang. Aber gut. Kann man leben. Auf keinen Fall falsch. Ich denke mal, dass oben noch eine Truhe war. Da leuchtet nämlich zumindest was. Aber das sieht mir aus, als wäre es nur für Feuerbändigen. Es hat so rot geleuchtet. Aber gut. Wir gucken. Hopp. Nicht wieder gefallen. Tschau, tschau, tschau. 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 Ops. Das war... Fail. Ah komm. Wir gehen hier lang. Wo wir hin müssen. Egal, das kann man auch später noch erkunden, man kann ja nochmal zurück. Bei der Barriere kann man mit Ad-Magie... Ad-Magie wollte ich sagen. Ja, Ad-Bändigen natürlich. Gehörstet werden. So. Das kann man natürlich auch durch den Stehlen switchen, was auch sehr nice ist. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. So, Wasserbänden. Komm zurück zum Erbänden. Äh, ich glaube, es ist ja noch voll. So. Ah, ich verkeck mich anders. So, jetzt bin ich bei Apple. So. Und kassiert. Das ist nice, dass man die Attacken auch aufladen kann. Ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Spiel. So, sauber. Hätte ich nicht mehr gedacht. Ich kann das Spiel, wie gesagt, im Vorfeld gar nicht. Ich wusste nicht mehr, dass das existiert, bevor ich das Steam Sale gesehen habe. Tagesangebot. Jetzt ist es aber knapp. Uah, falls der Gegner anvisiert. So. Erbänden gefällt mir sehr gut. Ich denke mal, dass nur noch Feuer noch offensiver ist. Wow. Hier alle kassieren. Sehr nice. Sehr schlauchiger Level. Ah, Wasser. Wasser. Wasser hat auch verraten. So. Truhe. Sehr ran. Oh, das sieht nach einem etwas größeren Kampf da vorne aus. So. Kloppen wir noch ein bisschen auf die Autos rum. Wir müssen hier Punkte holen. Haben wir ja sowieso ein paar ausgelassen. Oh ja. Das sieht nach einem großen Kampf da vorne aus. Hier. Oh, ein Wasserbändiger. Oh, die Bändiger tut die wieder. Oh oh. Sie ist schon gekommen. So. Erledigt. Oh, doch nicht. Okay. Nicht wie letztes Mal. Oh. Jetzt habe ich das Duell verpasst. So. Jetzt aber. Passiert. Komm schon. Bam. Ah, noch ein Gans. Aber den kassieren wir jetzt auch noch ein. Oh, das Erdbänding ist einfach so mächtig. Und auch schon Stufe 3. Das ist unglaublich. Das ist deutlich schneller als das Wasser hochgegangen. Oh, da habe ich Bändigen. Bisschen gefehlt. Aber jetzt im Duell gewonnen. Sehr schön. So. Hier noch ein bisschen mit Wasser. Was ist denn? Was ist denn? Wasser ist hier deutlich im Nachteil. So. Und Duell wieder gewonnen. Der scheint ein bisschen stärker zu sein als die anderen. Aber der kassiert. So wie alle hier. Sehr nice. Das im First Drive zu schaffen. Bam. Erwischt. Goldraun. Was ist das? Ich habe ein Gefühl, dass das was die Chieblocker zu schweigen, wiederherrücken, wird aus der Welt der Heiligen. Ja. Ich habe das gleiche Gefühl. Als ich hierher bin, habe ich etwas gesehen. Oder jemanden. Du musst nach dem Sotern portal direkt gehen. Ich habe ein Gefühl, dass die Portale öffene, mich zurückkriegen würde. Naga! Naga! Oh, wieder Hunde rennen. Ja. Hunde rennen. Schauen wir mal. Was ist das? So eine Mischung aus Hund und Eisbär, ne? Oh, Wasserbarriere kann man jetzt nutzen. Okay. Oh, okay. Nice. Na, da muss ich jetzt erstmal genau gucken. Mit der Steuerung. Jetzt scheint das nicht mal überspringen zu laufen, sondern... ...würgen wir das bändigen. Natürlich auch eine kleine Umgewöhnung. Ah ne, springen tut er immer noch. Na, da wollte ich da oben. Aber... ...scheint er irgendwie nicht hinzukriegen. Na, ich gehe lieber hier auf Nummer sicher. Oh! Slide, slide! Fast vergessen zu sliden. Hier. Neben hoch. Ich verpasst zu viele von den Punkten. Das muss ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Aua. Checkpoint. Slide. Boah! Na, gleich geschafft. Oh, nochmal leben. Slide. Oh, da bin ich zu weit gesprungen. Na toll. Egal. Nächstes. Nächstes Mal schauen wir's. Zup, zup, zup. Da gibt's ordentlich Punkte. Also, wir sind ja schon wieder genau da, wo wir waren. So, das bin ich diesmal hier nicht. So, das kann das ohne Probleme möglich sein. So. Oh! Mehrere Autos. Nein. Haben wir geschafft. So. Na, so hoch kommt er nicht. Der Teddy. Egal. Geschafft. Silbermedaille. Oh, okay. So. So. 137.000 jetzt. Oh. Ich dachte jetzt wäre das Kapitel vorbei. Ist auch interessant. Noch ein Kampf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ha. Was hab ich jetzt ansonsten drauf hier mit dem Kontern? Ja. Na so mit dem Kontern. Das ist echt angenehm. Gerade sie gegen größere Gegner, gegen so kleine. Wie eben die Bänder. Die Typen da. War das nicht so gut, aber. Nicht so angenehm. Zu steuern. Ah. Das war's nicht geklappt. Oh. Oh. so schön hier mit spammen und so jetzt ist er wieder in so einem rage modus ja ich kriege ihn mal down oder? ne war dass er gleich kaputt geht ok und explodiert so da ist ein typ rausgefallen ja ah so, ich könnte mich ganz schnell Oh, jetzt hätte ich das nicht gedacht. Oh, Silber für dieses Chat dann nur bekommen. Aber egal. Nichts ist mal besser. Oh, da sehe ich gerade, da fehlt sogar ein kompletter Kampf. Nicht schlimm. Gut. Das war's mit dem Kapitel. Schauen wir mal nochmal. Oh, schön hier. Chamophon, Teleskop. Ordentlich Punkte gegeben. So. Das nächste Kapitel führt uns... ...Naga Running. Freigestellt. An den Südpol. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ein Abo vielleicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mahlzeit!